Ganz ehrlich, ich würde auch gern probieren. Jetzt habt ihr selber die Chance in die Lücke rein, aber mit Kartons. Ihr habt nur einen Versuch, wie im wahren Leben. Ich zeige euch einmal, wie es geht. Wir konzentrieren uns jetzt auf jeden Fall. Nur weil du die Klappe zur Folge nur wirst. Du hältst den Lenkwinkel oder ziehst du dann in dem Moment nach? Ich halte den Lenkwinkel, der sich hier daraus ergibt. Dann lasse ich es laufen, wenn ich die Handbremse ziehe. Drei, zwei, eins, los! Steht doch alles, Alter! Oh! Hast du denn gemacht? Bis so weit war es gar nichts. Nee, du, das ist vielleicht eineinhalb Autobreiten zu viel. Aber das war super. Ich würde auch sagen, es war sehr knapp. Guck mal, hier sind deine Reifenspuren. Ja. War vielleicht ein Kick so schnell, oder? Minimal vielleicht. Aber es ist eigentlich nichts kaputt gegangen. Ich könnte ja, wenn ich wollte, noch einparken und einkaufen gehen. Dann verstehst du aber... Mach doch du mal vielleicht! Komm! Komm! Bleib! Geh doch! Alles kein Problem! Nee! Dann gehen wir mal zum normalen Autofahren überall. Aber du machst gut. Do, 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 do the BB Life. Oh nein! Das war's für heute.